Er weiß genau, was er will. Seine Partnerin sollte unbedingt ihr eigenes Geld verdienen. Der Sänger verrät uns im Interview, dass er drauf steht, wenn Frauen eigenständig sind. Also mir ist es schon wichtig, dass ich eine Partnerin an der Seite habe, die selbstständig ist. Also die nicht von mir abhängig ist. Nicht finanziell und auch nicht auf sonstiger Basis. Sie brauchen Führerschein, sie brauchen auf jeden Fall ein eigenes Einkommen. Seine Freundin Laura hat da auch schon eine Idee. Ja, also dieses Influencer-Ding, was jetzt gerade so modern ist. Also ich bin da noch ganz offen. Mich schreiben ganz viele Menschen und können sich was vorstellen. Aber vorher will die 18-Jährige noch ihre Schule beenden. Am liebsten bin ich bei ihm und das ist auch mein größter Wunsch, jetzt endlich abzuschließen. Aber jetzt so kurz vor Schluss aufzuhören, wäre ich, glaube ich, ganz schön dumm. Ich habe ja jetzt zwölf Jahre hinter mir dann und jetzt sind es die letzten, also es ist auch für den Zielgeraden, die letzten Meter. Und die mache ich jetzt auch fertig. Und dann sind wir dann zusammen. Das habe ich ja auch geraten. Mach die Schule, beende die Schule und dann hast du was. Na also, das dürfte dem Wendler doch ziemlich gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.